Moin Jungs und herzlich willkommen auf dem offiziellen LGA Kick Highlights Kanal. Dieses Video enthält wichtige originale Kommentare unter den Clips. Diese müssen zum besseren Verständnis der Highlights beachtet werden. Viel Spaß. Mir wird schon wieder schlecht. Komm, zwei Hüte. Ach, zwei. Fünf. Auch nicht. Zwei, zwei. Fünfzig. Wäre auch nichts gewesen, nur diese zwei roten Dinger. Jetzt zwei Hüte. Zwanzig. Hier hundert. Zwei noch Euro, wenn du brauchst. Ja. Und guck mal, jetzt könnt ihr beide geben, aber der gibt nur einen. Und immer hoch, der verliert immer. Öfter. Mhm. Jetzt, ah, diese Männer brauchst du mal, diese Typen. Jetzt drei, vier könnt ihr, ah, guck mal, 50. Nichts. Der hätte jetzt vier geben können. Jetzt den hier. Ah, ja, den auch hinten, dann ist dieser Mann drin. Komm. Jawohl, Hund zehn. Jawohl, der Mann ist gut hier, glaube ich. Der Mann ist doch der Beste. Tja, Mann, zwei. Siehst du, diesen, nein, der Beste ist der Alte, der hier. Dem, ach, so der, ja. Ja, ja, ja. Aber die Flasche ist nicht so gut wie die andere Flasche, ne? Erstmal kommen die Bilder hier, ne? Mhm. Jetzt, jetzt, guck mal, ah. Alle Bilder und dann die Stiefel, oder was? Nein, Mann, Stiefel und so ist das Letztes. Ich will mal, der Sheriff ist der Beste. Wenn der kommt, weiß ich nicht. Ja, der alte Mann, der klingelt die Kasse. Ja. Aber der hat es drei Mille wiedergegeben. Der hat drei Mille wiedergegeben, ungefähr. Ja, drei Mille hat er wiedergegeben. Also nur zwei gefressen, 50 Spins. Kann man mit leben? Kann man mit leben, nein. Ja, ich wäre schön, drei Bälle wären schön, oder fünf Köpfe, aber. In der linken einen Stock. Hm. Unter einem Baum mit einem Ziegenbaden. Komm. Ja, 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 ich hab's gespürt, oder ich hab's gespürt. Jetzt einfach Gandalf, vier Stück, 100.000, ciao. Dann, jo. Verlängerung. Drei Stück, zehn Mille, Bruder. Hey, bitte, Alter. Das Hartz. Drei, zwei. Egal, hier geht nochmal rein. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, neun. Guck mal, ein Grüner, der nimmt mehr Grüne, Mann. Mehr Grüne. Drei. Jetzt müssen zwei nebeneinander kommen, Bruder. Wo will er die sonst hinhauen? Da, und die dürfen nix benehmen. Ja, Wildpäxplosion, sehr gut. 9.000 drauf, sehr angenehm. Wir sind bei 17. Und der ist auf 40er jetzt angenehm. Tja, die Grünen, aber egal. Gibt irgendwas, was hier nicht zählt. Boah, NR Goons. Weg von den zwei. Weg, ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir wieder hier Wildpäxplosion. Aber, natürlich nicht, weil er jetzt drei gibt. Und dann nimmt er die, oh, wieder. Warte. Boah, doppelt Wildpäxplosion. Haben wir eine doppelt Wildpäxplosion? Der ist gut, Bruder, auf 40er, Bruder. Guck mal, wie viele Kugeln. Ah, jetzt kann nicht mehr Wildpäxplosion kommen. Aber zu wenig Grüne, Bruder. 4.000 Euro aber. Geil, haben wir schon. Cabelli. Und der kommt gleich. Warte mal, der geht, kommt. Der geht jetzt noch. Wir haben den. Ja, noch fast doppelt. Komm, fast auf 135. Komm. Zwei nebeneinander, bitte. Ja. Warte. Da, der nimmt die rosanen. Aber reicht die? Ja, doppelt X2. Wir sind der King. Ich bin der King. Aber keine rosanen. Guck mal wieder. Keine rosanen. Drei. Und jetzt mach mal ein paar rosanen oder lass die nebeneinander oder irgendwas. Okay, jetzt komm raus hier. Äh, hierhin, Gagatun X2. Komm. Ja, das ist okay. 10.000. Guten Morgen. Und hierhin noch. Ah, der nimmt die mit. Der nimmt die mit. Hierhin, 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 hierhin. Ja, stark. 15.000. Stark. Kaiser ist gekaisert. Der Kaiser ist angekommen. Herzlich willkommen. Jetzt noch Lanus, ein Tor. Der war gut, ne? Mega big win. Ja, mega big win. Warum drei Millen jetzt? War auch jetzt drei Millen. Nuklear. Musst du zwei Sachen geben. Wundervoll. Oh, 900. Stark. Stark, stark, stark. Ey, das ist aber dann richtig kaputt gemacht. Was? Was? Yes, yes. Sehr stark, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Squirrel? Yes, yes. Sehr, sehr stark. Der muss auf nächste Level. Der ist sehr strong. Der muss. Der gibt diese grünen wieder so schrott wie gerade. Der muss jetzt. Komm. Yes. We are at the next station. Hallo, hallo. Komm, direkt was geben. Die muss der gut geben. Der gibt die besser als die Lucky Wilds. Ich habe das Gefühl, Alter. Yes. Jetzt muss Climb squirpen. Yes. Boah, was? Boah, werden die verbunden, Alter? Theoretisch, wenn jetzt nicht... Aber egal, komm, komm. Er muss. Traurig, wenn nicht, wenn es nur so wenige gibt. Absturz. Reicht nicht, oder? Doch, reicht. Stark. Jetzt Level X6. Da soll man auf Level 10 gehen, oder was? 8, oder was das Wüste ist. Komm. Ah. Jetzt wird er die nicht gut scheppern. Das kann nicht sein. Wüß dich. I knew it before. Gleich die Squares jetzt mit Rettung. Hier, hier, überall. Hier diese Verbindung. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Uh, 75. Nehmen wir mal mit. Ich bin jetzt überall. Aber taugendlich. Wir gehen mit Gewinn aus der Sache Geschichte raus. Wir gehen mit Gewinn aus der Geschichte raus. Und verabschieden uns zu. Uh, der war gut. Der ist gut. Weiter. Ah, lass mal den gelben jetzt. Lass mal den gelben. Sehr gut. Boah, der gelbe schmeckt jetzt. Paff, paff. Noch ein bisschen weiter. Sehr gut. Sehr gut. Super machst du das, Junge. Klasse. Mit dem auf Hosen im Gesicht. Der muss die alle hier die Großen nehmen, oder? Ach so, das ist noch das Erste. Ne. Das ist ein Metamorphosengesicht. Joa, Taui. Stark. Direkt ein Taui. Aber keine Großen, Bruder. Das ist das Problem. Wir brauchen Große jetzt. Köpfe. Wir brauchen Große, Jungs. Okay, die drei macht der. Aber egal. Nehmen wir mit Frankfurt 1-1. Stark. Was konnte denn nochmal kommen, damit die Große wird? Metamorphosengesicht, oder? Ne, ne. Radiation. Jetzt hier. Guck mal, die muss der auch verwenden. Die hier, die hier auch. Die hier auch. Die hier auch. Die hier auch. So, jetzt. Absturz. Aber doch 2-5. Stark. Und was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Boah, warte mal. Was ist okay, Bruder? 6 Mille. 5. Seine Mötis Möt. Sag ich doch. Super. S嘴. Toā. We're not. Toā. 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 Bis zum nächsten Mal.